Drei Spiele, drei Siege, 9 zu 0 Tore. Bayern München hat unter Jupp Heynckes wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und am Sonntag gab es eine weitere positive Nachricht. Javi Martinez unter Heynckes Trippelsieger 2013 kehrte nach einer Schulterverletzung zurück ins Mannschaftstraining. Rechtzeitig für die beiden richtungsweisenden Spiele gegen RB Leipzig im Pokal und der Liga vergrößert der Spanier die personellen Möglichkeiten für Heynckes. Die Bayern-Fans sehen den Duellen mit dem Vizemeister mit Respekt entgegen. Leipzig hat gestern wieder ein recht gutes Spiel gemacht und in beiden Spielen, die jetzt kommen, sind sie sehr interessant als harter Brocken für die Bayern. Die haben momentan einen guten Lauf, die Leipzig. Die spielen ganz gut, spielen einen netten Ball. Erfolgreich momentan. Erfolgreicher wie Dortmund oder frischer, schneller.